Aber das ist nur Unrecht. Wir sind jetzt hier, dass die von dem NATO-Krieg geflogen sind. Wir sind die Offenbar der NATO. Und egal, welche Verantwortung sie mit uns geben wollen oder welche Fresse mit uns geben will ich, sie müssen uns direkt regnen. Es ist immerhin jemand anders, als das in unserer Gruppe zu benennen oder anzunehmen. Wir sind die Offenbar der NATO. Wir sind hier. Und wir sind hier, um zu bleiben. Wir sind hier, um zu bleiben. Wir sind hier, um zu bleiben. Aber ich kann mich auch in unserem System erreichen, um zu bleiben. Und ich will vielen meinen Ustens von den Städten, um wir an uns zu bleiben für unsere Rechts. Ich will in der Städte der Städte der Städte der Städte des Städte von Hamburg, und das Städte von Hamburg nur nochmals zusammengegeben. Das Städte von Hamburg nicht nur die Ministry aus den Städte von Hamburg sind die Städte von Kreuzkirchen, weil sie eine Rache zu bleiben können, sondern auch die Städte von Hamburg, wie sie das zu bleiben können. Aber wir haben diese G tyre zu bleiben können, sondern die Städte von Hamburg, und die EU verab trees zu bleiben können, The Unions von Italien, the criminalität von der Italien, the criminalität von all these policies, because we are here. And they ruin our life. We are dying every day. They destroy our life. We don't have to put our child out there with our team, but our team. For our families, today three years we are in the street. Our families die because of hunger. Not because of our families. Our income is stock. They took our money in Europe. Es ist so, dass wir das echt haben, es ist ein Ziel, das wir hier bleiben. Wir haben in Italien einen humanitären Status erhalten und deshalb haben wir das echt mitgehalten, obwohl er uns von der UN garantiert hat, als der Krieg aufbrach. Es ist so, dass uns das aber verweinert wird und das ist völlig illegitiv. Der Paragraf 23 auf der Halbgesetz, der uns ein Recht zu bleiben schiebt, das wird aber nicht anerkannt. Das kann nicht sein und das kann nicht so weitergehen. Es ist so, dass die Regierung in Europa unsere Länder verstört hat. Es ist so, dass wir seit drei Jahren unsere Familien nicht mehr wundern können. Es ist so, dass die Kinder keine Bildung bekommen. Unsere Länder sind verstört worden und wir haben ein Recht hier zu sein, weil wir Krieg gemacht haben. Wir haben eine Recht zu bleiben. Wir sind hier zu bleiben. Wir sind hier zu bleiben. Wir sind hier zu bleiben. Also, ich möchte euch alle Kollegen, dass alle Schüler in Hamburg waren, und danke auch für Bergen, und danke auch für St. Pauli Kinder und Umweltalien. Danke auch für St. Pauli Kinder und Umweltalien. Und ich möchte euch sagen, dass niemand die right zu kippen unsere Namen haben. Niemand hat die right zu kippen unsere Namen. We are here to stay. Nobody has that right again when you destroy my life in Libya. Stay in what you say by my name. No, it's not acceptable. You don't have to speak to Lampadouza group. We are here to stay for our lives. Until we get our life, we die. This is crazy to everyone. You want to speak by name of Lampadouza. No, you don't have that right. We are here to stay. We are here for our lives. It's crazy. Ich bitte jetzt einmal noch mal zwischen Städten, Wittenberge, bitte komm doch zum Lautsprecherwagen, dass du auf deine Wege reiten kannst. Und jetzt übersetze ich noch einmal. Ich möchte mich noch einmal bedanken bei allen Menschen in Hamburg, die uns solidarisch unterstützen. Ihr seid großartig. Ihr seid großartig mit dem, was wir geleistet haben. Ich möchte mich auch noch mal bei der Kirche oder der St. Pauli-Kirche bedanken für die humanitäre Hilfe. Aber niemand, niemand hat das Recht in unserem Namen zu sprechen. Ihr habt unser Land zerstört. Ihr habt unsere Familien vertrieben. Ihr habt unsere Länder in Afrika zerstört. Wir sind hier, um zu bleiben. Und wir werden kraftvoll bleiben. Und wir lassen uns auf unsere Grenzen mit ihnen nehmen. Und unser Recht zu reden und selbstbestimmt zu kämpfen ebenfalls nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch einen Redebeitrag von Städten, Wittenberge. Ich spreche auch im Namen VKM oder begrüße die VKM-bunte Antifaschisten. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziresiens unter Antifaschisten. Liebe Mitdemonstranten, liebe Lampedusa Flüchtlinge. Ihr wisst, im Jahre 1939 in der Nazi-Zeit, es war schon drei Monate Krieg, da ist es meiner Mutter und mir noch gelungen, als jüdische Hamburger Bürgerin nach Montevideo Uruguay zu fliegen. Nach einer vorübergehenden Einreisensperre war das kleine Land Uruguay wieder bereit, uns aufzunehmen. Meinem Vater und meinem Bruder war die Flucht mit einem Uruguayischen Visum schon ein Jahr vorher gelungen. So wurde unser Leben gerettet. Hätte Uruguay uns nicht aufgenommen, wir hätten in Deutschland nicht überlebt. Ich komme aus der Stadt Hamburg. Etwa die Hälfte der ehemaligen jüdischen Bürger und Bürgerinnen aus Hamburg haben ihr Leben durch Flucht und Aufnahme in amerikanische, auch einige europäische Länder retten können. Aber auch durch Aufnahme zum Beispiel in die Türkei, in Australien und auch in afrikanische Länder. Das darf in Deutschland und auch in Hamburg nicht vergessen werden. Ich habe an den Senat, ich habe an unseren ersten Bürgermeister Olaf Scholz und unseren Innensenator Michael Neumann geschrieben und mit Rückblick auf unsere Geschichte sie aufgefordert, den Lampedusa-Brüstlingen ein Bleiberecht zu gewähren. Ihnen die Möglichkeit zu geben, hier menschenwürdig zu wohnen und auch zu arbeiten im beiderseitigen Interesse. Warum sollen wir diesen 300 Menschen die Aufnahme verweigern und sie abschieben ins Ungewisse? Wir machen Millionen Euro locker für die Ukraine. Da sollte es doch in unserem Land, das heißt auch in unserer Stadt möglich sein, den Not geratenen Lampedusa-Flüchtlingen, die von ihnen erwähnten Sicherheit zu bieten. Wir sind doch keine Unmenschen und auch unser Senat ist es nicht. Das Menschenrecht ist unteilbar und richtet sich doch nicht nach der Hautfarbe oder Herkunft. Humanität ist das Gebot des Bundes. Darum fordere ich immer und immer wieder, geben Sie endlich den Lampedusa-Flüchtlingen das Leiberecht in unserer Stadt und in unserem Land. Nach dem Paragraf 23. In other words. I am asking the Hamburg Senat in our nation of Ola's Church to demonstrate humanity towards our Lampedusa refugees. Finally telling them, welcome to Hamburg. So I will shortly translate for our special English which was Betty Wittenberger who was fleeing the Nazis in the 1930s was saying. She was fleeing everybody in the name of the proper MDDR which is the organisation where those people who survive the fascism regime and those who support them in solidarity are organized. She said that you surely know in the year 1939 in the time of the Nazis there was three months of war and my mother and me we could flee as Jewish Hamburg citizens to Montevideo in Uruguay. And after a Uruguay night that we could come in after a while we could come in. My father and my brother could reach Uruguay before. So like this our life was saved. And now I am from Hamburg and half of the US citizens of Hamburg lost their life. others could save themselves in the European countries. And now we are confronted with the situation where the mayor of Hamburg, Olaf Scholz, denies refugees from Median War, refugees from Africa to stay here to have the right for life and dignity. I can't accept that. I won't accept that. And I always, I wrote to the tenors, I wrote to Olaf Scholz and I asked them to give the people, the Lampedusa refugees, a right to stay, a right to live in dignity and to work. And that's what I stand for and that's what I will fight for till the end. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Ma'am. Thank you very much. The demo is about to start now. Here on the wagon, there is also enough material to give. Für alle, die das jetzt noch nicht mitgekriegt haben, es gab auch ein bisschen Verwirrung um die Route, also wir gehen jetzt los, über den Glockenlischer Damm, dann zum Brandenstamm auf die Möckebergstraße am Hauptbahnhof vorbei, also hier praktisch einmal im Quadrat, dann auf die Adenauerallee bis zur Kreuzstraße am Topf vorbei und dann biegen wir ab über den Steindamm bis zum Hansaplatz und am Hansaplatz findet die Abschlusskonferenz statt. Alles ist so wie es hier war, ich war so diesmal da, unvorstellbar wird ein Schwarzschatz, doch wahr, ich kann sie diesmal rechnen, wenn sie nie verliebt war, aber bekomm ich doch viele Zeit, was ich da, vergleicht mich das Verhalten mit dem Mensch und der Gedanke, Ich will go a bit of fun now. Es sind selbige Zeiten, die sie fordern, nicht mal das Blut mehr Was du selbst dazu, dass du deine Taten legen wirst Du meinst jetzt Kriege, heute bist du, hab nie weiter Fächer Du brauchst über die Fälle, fällst du und die dich über die Welt auf die Erzähl Weiß, wenn du mein Wappen tut, worauf du dich aufhörst Wenn du rechtes Spiel bist du, weil der Kunde an dich Doch du einigst, wo sie nun ausgefüllt sind, wenn du dir was sagst Ich frage, hast du mir gefeiert, auch der Macht vor allem Egal, ob sich da oder ich nur so mal dabei Wenn du all das bekommst, wenn du reichst, hoffnest du, wie die Lüge There are thousands of people here Cannily, wie und wie viele, aber wirklich einige People Das war's für heute. Oh, der Demo hat's gott es, no? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 No Helmets on until else. Yes, I said the cops have their helmets, but it's not the same. It's not on the head, low profile until now. So this is the front of the demo. So from Benar, we are here to stay, Lampedusa and Hamburg. And solidarity with Lampedusa and Hamburg. French as well. 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 At the back, you see that still people are standing on the place where we started. There are really thousands of people in. I really can't say how much as we can only see a part of the demo. And we see that the part didn't even start yet. French as well. But yes, there are many people here at the U.S. Untertitelung des ZDF, 2020 We are on a bridge right now Above on the bridge, at the back, you see many cops About 25 standing immediately there Many vans behind it The demo is still standing still, so we have a look at the cops in front of the demo We are on a bridge right now We are on a bridge right now The cops started to march, the demo as well The cops keep some distance We are on a bridge right now The 911官... The 911官... The 911官... The 911官... West 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 Musik Stop deportation! ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Some cops are going into a van now, seem to be in a hurry, but we don't know why. Some cops are going into a van now, seem to be in a hurry, but we don't know why. Some cops are going into a van now, seem to be in a hurry, but we don't know why. Some cops are going into a van now, seem to be in a hurry, but we don't know why. We will go up, so you can have a view on the whole demo. Some cops are going into a van now, but we don't know why. Some cops are coming out now. in a minute we will be upstairs give you a few of the whole time people are chanting now solidarity must be practical fire and flame for the deputation authority the Ich kann nicht sehen, die Ende der Demo sehen. Many, many people here. Wir werden die Demo sehen. Wir werden eine Idee, wie groß es ist. Wir werden die Demo sehen. 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 So, again, thousands and thousands take the streets of Hamburg to demonstrate the right to space for refugees. Wir werden die Demo sehen. 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 Sie unterhalten in Ost-Dürkien, die Sörber, Koffer, Adder und Scherz, das in den Scherben trainiert sein wird. Tausendach gehen von Eriken über die Verzeihung nach Syrien, um den Weg dort weiter einzufassen. In Norden Syrien hat die kurdische Bewegung eine Alternative, eine andere Regelung zu den NATO- und den Schützen, SMA und Islamisten und dem anderen Regime, Land und Scherz, und dem Irak und der Schützen. Es ist eine ganz demokratische Volksbewegung und wir eine geschlechtigte, befreigte, ökonomische Gesellschaft zufrieden halten. Wir hoffen, dass die Unterschiede vom Kulten im bewohnten Gebiet befreit. Wir rufen uns zu unserem Weg, mit dem befreitenden Selbstkulten-Fassen und den Kulten überhaupt. Ein Jubiläum der Republikation in Rojava ist auch ein gewöhnlicher Wunschung auf einen Sky-Trip und eine geschlechtige Gesellschaft auf eine ältere Strecke im Nähe und mittelnden Kulten. Wir wollen eine gewählte Strecke, eine ältere Strecke, eine ältere Strecke, eine ältere Strecke, damit niemand mehr seine Welt verletzt. Solidarität gegen eine Europasette, eine ältere Strecke, eine ältere Strecke auf eine ältere Strecke, aber diese Strecke, eine Ältere Strecke, eine unver staatlichen Strecke. ... Und jetzt habe ich die Dinge genau. Thousands of people Demonstrating for the right to stay for refugees in Hamburg, Germany today And it's good to see that so many people show their solidarity with the refugees In a time where there are increasing racist attacks Not only in Germany But there are also As you see many many people Supporting the fight Of the refugees For the right to stay On the trucks There are posters Saying Global passport Vapest for all 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 Sie haben einen Trabalhofer, in der Flasen und Leberin mit einem Mann, der Flasen Viene von der Herr Riva wie es sie sich nicht wie es sie sich nicht wie es sie sich nicht Die Flasen und Leberin ist ein Barschus von Biserien der Barschus Die Flasen 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 Okay, this is the end of the demo, we will move a bit now. Okay, this is the end of the demo, we will move a bit now, we will move a bit now, we will move a bit now, we will move a bit now. Okay, this is the end of the demo, we will move a bit now, we will move a bit now, we will Okay, we go out now to save some battery, we will come back later, and you can follow the demo also on Twitter, advinuf14, so we come back later, bye bye.